Warum denn? Warum denn? Der Jedi-Kräfte intus hat und chemisch, hochelektrisch ist oder so ähnlich. Ich fange einfach mal an, mal gucken, was er uns heute Tolles erklärt. Ich glaube, es geht um die Sonne. Und Sonne ist gut. Da kann man Vitamin D bilden, wird braun, es hebt die Stimmung und die Pflanzen mögen es, glaube ich, auch. So, moin, hier Kristallwolf, Kristallmensch, echter Schamane. Ja, damit will ich es für dieses Video belassen. Och schade, warum das denn? Du bist doch auch chemisch hochsensibel und Kampfdingspeks oder so ähnlich. Übrigens, er hat noch ein Video gemacht zum Thema Haarpflege, das machen wir auch mal bei Gelegenheit. Da können wir dann vom Meister lernen, wie man richtig volle Saar und schöne Lucken bekommt, so wie er. Finde ich toll. Ja, für diejenigen, falls das Video mit anderen auch aufrufen, außer über 500 Irrsinnige. Äh, bitte? Äh, sozial komplett Verkümmerte, die regelmäßig mir mit irgendwelchen geisteskranken Reaktionen auf die Nerven gehen. Ach so, er meint Ungol. Hä, das war gemein. Ähm, aber das interessiert mich nicht mehr, weil, wie das selbst ausländische Menschen immer mehr sagen, über auch amerikanische und über deutsche, dass solche Menschen gar nicht merken, dass sie kompletten Verstand verloren haben. Äh, das wird... Das haben dir ausländische und sogar amerikanische Menschen gesagt, das ist ja toll. ...wieder blödsinnige, irrsinnige, wissensferne Reaktionen geben, das weiß ich jetzt schon. Und da, will ich mal so sagen, interessiert mich nicht und, ähm, aus schamanischer Sicht, ich weiß, dass diese Leute komplett irrsinnig sind, die... Das ist gut. Ich glaube, hat er schon erwähnt, dass diese Leute komplett irrsinnig sind? Und sozial verkümmert? Die sind so kaputt im Kopf, dass sie glauben, dass der Scheiß, den sie von sich geben, witzig ist und dass sie das machen müssen. Gut, uns kann er ja nicht meinen, weil wir kämen nie auf die Idee zu glauben, dass das irgendwie witzig ist, was wir hier machen. Ich mache auch eine Reaktion auf Dieter Bröss aktuell, ich hab mir das gerade angesehen, ähm, was diesen angekündigten Energieschub betrifft. Oh, ein Energieschub? Es kommt ein Energieschub, das ist ja toll. Ich höre immer nur was von Blackout und Stromausfällen, aber ein Energieschub wäre doch mal nice. Das glaube ich erst, wenn ich das fühle. Ähm, ja, zum Thema Sondersendung, diese Welle kommt jetzt auf uns zu. Ja. Ja, genau so hat er das Video genannt. Ähm, was für eine Welle geht es? Ist es eine Skalarwelle? Lass fließen. Ähm, was er dort erklärt hat, er hat dann ja auch das Original, was ein englisches Video ist, mit den Sonnenstürmen dort, oder besser gesagt Sonnenexplosionen und den Wirbeln dort gezeigt, wo ganz klar gesagt wurde, das können keine normale Wirbel sein. Wieso sind die linksdrehend? Also ich kenne mich mit der Sonne absolut gar nicht aus, ich weiß, sie ist ziemlich hell, ziemlich warm, auch relativ groß und irgendwann wird sie zum weißen Riesen und dann wäscht sie unsere Kleidung oder so ähnlich. Sondern Einwirkung von Außerirdischen. Ah. Außerirdische werfen irgendwas in die Sonne, damit es da drin wirbelt? Das müssen aber bekloppte Außerirdische sein. Halten die da einen Mixer rein? Es wird jetzt einige hundert geben, vielleicht einige tausend, die würden denken, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Nein, ihr habt sie nicht mehr alle. Okay, also sind es Außerirdische. Weil das ganz einfach Fakt ist. Ja gut, in dem Fall, wenn es Fakt ist, ja okay, dann sind es halt Außerirdische, die sind schuld, dass die Sonne wirbelt. Da habe ich allerdings während des Videos mich gefragt, wenn da jemand Wirbel bewirkt auf der Sonne und es liegt, ich weiß es nicht so, um die, weil ich dadurch meine ganze Energie, ich komme da überhaupt nicht mehr dran. An die Sonne. Das liegt daran, dass die Sonne relativ weit entfernt ist. Also selbst wenn du dich auf eine Leiter stellst und den Arm ganz lang machst, kommst du nicht an die Sonne ran. Beim Mond könnte es eventuell gehen, kann man dann prüfen, wenn der Finger danach nach Käse riecht, hat man den Mond berührt. Aber bei der Sonne, da geht das nicht, weil die ist noch weiter entfernt. Eine Lichtsekunde. Nein, Quatsch, der Mond ist eine Lichtsekunde. Die Sonne ist acht Minuten entfernt, glaube ich. Das war mal so stark, dass ich mich einfach nur konzentrieren musste und dann irgendwie rausgefunden habe, lesen konnte, wann das beim letzten Mal war. Das kriege ich diesmal nicht hin, was mich natürlich ärgert. Wann was beim letzten Mal war. Also du hast dich konzentriert und dann konntest du lesen, wann irgendwas beim letzten Mal war. Das kann ich auch. Ich kann zum Beispiel, wenn ich in einem alten Kalender lese, mich darauf konzentriere, kann ich dort in den eingetragenen Terminen lesen, zum Beispiel, wann das letzte Mal ein TÜV-Termin war. Oder beim Augenarzt oder sowas. Das geht ganz gut. Kann ich immer noch. Es gab vor, ich weiß nicht, ob es fünf Jahre sind. Jetzt sagt einfach, es war 96. Das kommt immer gut. Gab es schon mal so etwas. Die sagten ganz klar, dass diese Veränderungen, diese gigantischen Sonnenexplosionen und Sonnenwinde oder besser gesagt Stürme, die es dort gab, da gab es sehr starke Energieschübe, dass diese nicht natürlich im Kosmos entstanden sind. Die sagten, das würde eine Ewigkeit dauern, viele Jahrzehnte oder noch länger, damit dies von Natur aus im Kosmos entstehen würde. Gut, ich sehe da jetzt kein Problem, wenn man bedenkt, die Sonne ist ja auch schon ein paar Takte älter. Warum nicht? Ich meine, Jahrzehnte, Jahrhunderte, das ist für eine Sonne ein Augenzwinkern. Wenn sie Augen hätte, mit denen sie zwinkern kann, hat sie ja nicht. Ich glaube, Sonnen haben nicht mal eine Nase. Aber das ist in kürzester Zeit passiert. Und das hatte dann ganz einfach außerirdische Einflüsse, dass die über eine Technologie verfügen, so wie unser Universum und andere Universen und Galaxien entstanden sind, dass die eine Technologie haben, die uns völlig fremd ist. Ja, weil wir sie nicht kennen. Mal eine blöde Frage. Warum machen die das? Also ich frage mich jetzt gerade ernsthaft, warum sollten Außerirdische wer durch die Galaxis düsen, um an irgendeiner Sonne am Arsch des Spiralarms den Quirl reinzustecken? Wozu? Und auch, dass, ja genau, es gab einige gigantische Sonnenexplosionen, die um mindestens, die fast die Hälfte der Größe der Sonne ins All geschossen sind und dann wieder zurückgedrängt wurden. Das hat man richtig gesehen. Die wurden wieder richtig zurückgestoßen auf die Sonne zurück. Donnerwetter. Das ist so, als hätte die Sonne so eine Art Wehrkraft. Und da wurde ganz klar gesagt, dass dies mit natürlichen Kräften im Kosmos komplett unmöglich ist. Dann war Meister Yoda in der Nähe. Wir wissen ja, der kann auch Steine und Raumschiffe anheben. Dann kann der auch, wenn so eine halbe Sonne quasi aus der Sonne rausflutscht, das wieder zurückdrücken. Dass da ganz gewaltig nachgeholfen wurde, damit diese Stürme, diese Sonnen, praktisch eine riesige Brandwelle, eine Hitzewelle, damit die keinen Schaden anrichtet. Moment. Also jetzt waren beim letzten Mal Außerirdische dafür verantwortlich, dass da nichts passiert. Und dieses Mal sind sie dafür verantwortlich, dass die Sonne quirlt und wirbelt und platzt. Also jetzt sind diese Außerirdischen irgendwie ein bisschen bekloppt oder? Das wirkt doch schon sehr sprunghaft in der Entscheidung. Und auch einige Planeten, dass die eine extreme Verstärkung ihrer energetischen Schutzschilde bekamen. Also nicht esoterischer Kack. Ja, ich rede hier von der Realität. Was für Schutzschilde sind das genau? Wie kann man die messen? Ja, elektromagnetisch, biomagnetisch. Die haben ein natürliches Schutzfeld. Biomagnetisch. Ein Planet. Okay. Das wird ja seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden gelehrt, dass die auch Aura-Felder haben. Und dass diese massivst verstärkt wurden, was mit diesen Sonnen, Winden und Explosionen verbunden wurde. Und dass diese Verstärkung, die normalerweise wohl hunderte Jahre brauchen würden, dass diese in kürzester Zeit urplötzlich da waren, wurde ganz klar gesagt, mit allen wissenschaftlichen Kenntnissen können wir das überhaupt nicht erklären. Ja, weißt du, woran das liegt? Dass es diesen ganzen Quatsch überhaupt nicht gibt. Das hat den Ursprung von außerirdischer Technologie, dass die aus Atlantis dies gemacht wurde und da ist etwas passiert, was im Kosmos eine riesen Einwirkung hat. Und das in einem kleinen Format diesmal wieder passiert ist. Und noch dazu, ich dachte, ich höre nicht richtig. Da wird gesagt, dass die Erde ausgebremst wurde und sich rückwärts dreht. Ach, das hat neulich so gekracht. Ich habe mich noch gewundert. Und das ist von Natur aus komplett unmöglich. Ja, obwohl es würde gehen bei so einem extrem heftigen Einschlag von dem Himmelskörper, aber ich glaube, das würden wir dann doch schon merken. Wenn sich die Erde rückwärts dreht, meinst du nicht, dass wir das irgendwie bemerken würden? Ganz einfach. Das heißt, da ist etwas in Gang bewegt worden, wo gesagt wurde, wir denken nicht, dass dies negative Wirkungen haben wird. Klar, normalerweise, wenn da die Erde sich rückwärts dreht, dann müsste man denken, oh, jetzt läuft alles rückwärts. Und da merke ich allerdings gar nichts von. Wie, wenn sich die Erde rückwärts dreht, dann müssen wir ja auch automatisch rückwärts durch die Zeit reisen. Das ist doch logisch, Junge, denk doch mal mit. Und dann mal gucken, was da passiert. Ja, nix. Ich habe auch gesagt, die dunklen Kräfte glaube ich nicht und denke ich auch nicht, weil dann hätten sich solche Dinge, da es haufenweise Feiglinge gibt, die gegen diese vielen Angriffe der dunklen Seite gar nichts machen. Ah ja, das waren die, die dir nicht geholfen haben, um deine tolle Energie aus dem Horus-Tempel aufzutanken, gell? Und auch viel zu wenig. Wir sind ja mitten in Kriegszeiten. Nicht nur energetisch, sondern, was ja offensichtlich ist, weltweit das Problem. Und dass jetzt am 22. ein stark energetischer Vollmond sein soll, tja, das Einzige, was ich da machen kann, meinen Medizinbeutel nehmen, weil für meine Medizin pfeife, was ich, was ich zuletzt 2012 gemacht habe oder 2009, hatte ich Vollmond-Meditation gemacht, wo ich dann auch sehr stark gemerkt habe, um den Mond herum, dass ich das war. Du warst um den Mond herum. Er ist um den Mond herum getanzt. Was war in dieser Pfeife drin? Lass uns da mal drüber reden. Was für Kräuter waren das? Und mich da mit jemandem ausgetauscht habe und mir das auch bestätigt haben. Und seitdem weiß ich, was das heißt von wegen, also nicht von wegen, sondern diese Betitelung Blaue Himmelmacher und andere himmlische Dinge zu erzeugen. Und auch der erste Schamane, den ich traf, wie ich das öfter sagte, 1995, der sagte mir auch irgendwann, wenn du in deine Kräfte kommst, dann wirst du selber sowas auch machen und dann auch erkennen, wie das geht. Weil damals ich dachte, wie ist das denn möglich? Dass haufenweise Vögel ankommen und die Wolken wegbewegen, den blauen Himmel bewirken. Habt ihr das schon mal erlebt, dass Vögel kommen und die Wolken zur Seite schieben? Kann das sein, dass der so von Naturwissenschaft überhaupt keine Ahnung hat, oder? Diese Sonnenzeremonien und diese sogenannten Regenzelze, also davon habe ich noch wirklich gar keine Ahnung. Sagen wir mal auch davon. Und das Ding hier, ich habe das ja da gesehen, das ist vor allem, wenn jemand Wirbel in der heißen Sonne bewirkt, das muss ja eine Technologie sein, eine derartige Hitze dort reinzustechen. Ey, bis so Hitzereien, die Sonne ist doch schon heiß. Und ich glaube, die Oberfläche der Sonne ist gar nicht mal so heiß. Also, davon ist unsere Technologie wirklich so weit entfernt wie die Ameise vom Mond, ey. Und, ja, wie ich da schon sagte, ich kann mich da noch erinnern, dass wissenschaftlich dort gesagt wurde, vor, was weiß ich, fünf Jahren, wenn ich da jetzt suchen würde, da würde ich, was weiß ich, wie viele Videos angezeigt kriegen. Da wüsste ich gar nicht, wo ich suchen soll. Wie wäre es, wenn du mal nicht nur nach Videos suchst, sondern auch nach geschriebenem Wort? Schade eigentlich denn. Wenn ich es wüsste, könnte ich das verlinken. Das Einzige, was ich machen kann, ist, das Video von Dieter Bros zu verlinken. Und der hat ja nicht nur das Video von dem Engelsprechenden eingewendet, sondern auch den Namen des Videos, das habe ich dann auch aufgerufen. Das könnt ihr euch dann selber suchen. Und das hat mit Esoterik wirklich gar nichts zu tun. Aber zum Schluss, da hebt er ja dann noch entsprechend ab. Das ist Gottes Willen. Nein, ich sage göttlich. Weil es gibt ja viele. Und dieser ganze Blödsinn mit allen Gottquatsch. Es gibt eine göttliche Schöpfungsquelle, wo diese Götter entsprechend, und das ist ein kodierter Hinweis, dass sie eine göttliche Technologie haben, eine Quelle, wo sie die ganzen Dinge nehmen, um ihre Technologien zu schaffen. Kommt mir das jetzt nur gerade so vor, oder? Ihr kennt doch bestimmt alle Marvel Comics. Und dann kennt ihr auch die Sea. Da gibt es doch diese New Gods, die auf New Genesis leben und die Bösen auf, habe ich vergessen, wie der Planet hieß, ja mit Darkseid und Besat und dieses ganze Gezumpel. Und die hatten doch auch so eine Art Quelle, so eine Wand hieß das, irgendeine Wand war das. Einer war dann auch drin eingesperrt und aus der entströmte das alles. Kann das sein, dass er gerade Comic und Realität nicht auseinanderhalten kann? Ja, und nicht dieser ganze Blödsinn, die Art der eine allmächtige Gott, was für ein Schwachsinn. Ja, es war nämlich der andere allmächtige Gott. Das ist so hirnverbrannt. Wer euch das Glauben macht, Lucifer, ganz einfach. Achso, ich sollte was sagen. Sorry, ich habe jetzt nur zurückgeguckt. Also es gibt viele, viele Götter, aber diesen Lucifer, den gibt es ja. Finde ich jetzt ein bisschen komisch. Also auf der einen Seite, diese jüdisch-christliche Mythologie wird abgelehnt, auf der anderen Seite wird sich aber fröhlich draus bedient. Weil er Gott sein will. Und das ist auch nicht einer. Es sei denn, dass, ja, es wird ja auf der Erde auch perfekt gezeigt. Immer ein Geisteskranker voran. Ja, die anderen reagieren auf ihn. Und ein Haufen anderer, die ihm treu ergeben sind, folgen diesem Arsch. Und genauso muss das in diesen dunklen, da sind die Haare jetzt, Bereichen auch sein. Wieso? Wieso muss das dort auch sein, nur weil es hier so ist? Ist das irgendwie gesetzlich so festgelegt? Gibt es da ein Vize-Gesetzbuch, wo das drinsteht? Ja, wie auch, sag ich mal, muslimische Frauen auch Videos gemacht haben, wo ich mir dachte, endlich spricht es mal jemand außerhalb der spirituellen Bereiche unserer Kultur an, dass das Religionen aus der Hölle sind. Wäre jetzt der Islam? Ähm, aber das Ding hier, das ist ja wieder was ganz anderes und ich sag nur eins dazu. Schnitzel. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Ich bin mal gespannt, also bei, ich sag mal eins dazu, da hatte ich jetzt so ein griffiges Wort und ich bin mal gespannt, also bitte. Was passiert, weil bis jetzt merke ich davon gar nichts. Und die Erde, die sich rückwärts dreht, das habe ich noch nie gehört. Das ist jetzt das erste Mal. Und damit beende ich das Video und, ähm, Moment, es sind noch 24 Minuten. Beendet das Video, es sind aber noch 24 Minuten. Hast du da jetzt noch irgendwas dran gehängt? Ja, es wird immer gesagt, ja, gib ein Like. Ja, logisch. Damit sich das Video, so läuft der Algorithmus, liken und dann verbreitet sich das und kommt in den Algorithmus. Ich bezweifle, dass ich da, ähm, mit reinfalle, äh, in diesem Bereich, weil einige andere Videos, die ich mal gemacht habe, die da mit aufgerufen wurden, wie, äh, Kritiken zu filmen, ja, ähm, das waren dann vielleicht 300 Aufrufe, das ist, das habe ich keinen Einfluss drauf. Äh, ich denke mal, doch auf deine Ein, auf die Aufrufe hast du schon Einfluss drauf. Äh, das kommt halt immer auf den Inhalt an. Und, dass die meisten, die sich solche Videos ansehen, die fixieren sich auf solche Kanäle und, äh, da geht jemand wie ich völlig unter. Aber, aber, wenn ich was Wichtiges zu sagen habe, ich weiß, das ist dann mal welche, die wirklich normal funktionierende Hirne haben und sich wirklich dafür interessieren, dass wann auch immer diese dann auch mal meine Videos finden. denn, deswegen bleiben die im Kanal drin. Ja, die Macht wird sie quasi zu seinen Videos führen. Obwohl, nee, das war jetzt doch eine außerirdische Technologie. Also, das war ja doch wieder keine, äh, Zubu-Magie. Es gibt natürlich welche, die einige Jahre alt sind, ja, mein Kanal. Da hatte ich mal, ähm, aufgebaut, sage ich mal, das war ab 2021. Wegen, ähm, mich haben Esoteriker diese ganzen Schein-Schamanischen, diese Plastik-Schamanen und die Esoteriker so extrem genervt, dass ich dachte, da musste mal was zu machen. Und am Anfang habe ich mich gar nicht getraut, Videos zu machen, weil ich dachte, viele Tausende. Nee, da wusste ich absolut noch nicht, wie YouTube funktioniert. Aber jetzt weißt du es ja und bist auf dem Weg zum Erfolg. Das hat nur wenige. Es gab auch Videos, die ich gelöscht habe, weil da keine zehn Personen sich das angesehen haben. Gut, teilweise lag es auch am Titel. Äh, den Titel kann man nachträglich aber ändern. Das war mir dann einfach zu blöd. Weil, wenn irgendwo etwas ganz außen am Rand liegt, dann braucht man nicht mit dem Versuch, der Hoffnung, dass es irgendwann jemand findet, das war ein Jahr alt, zwei Jahre alt oder noch älter, den raus damit. Das ist dann sinnlos. Und in dem Fall hier, ähm, eine starker Energieschub. Oder, wie Dieter Bröhr sagt, ein bestimmtes Wissen, das damit transportiert werden soll. Aha, also, ähm, was jetzt, ein Energieschub oder so eine Art Funksignal? Da bin ich mal gespannt. Weil, auch wenn ich, also, noch weniger Energie geht gar nicht, ähm, also bei mir, dann müsste ich... Und du, wie wär's denn mit gesunder Ernährung und ein bisschen Sport? Ihr auch? Vielleicht Menschen, die sagen, Och, Mensch, ja, ich weiß, da ist irgendwas, aber, ich mein, das haben wir als Kinder bis in die Jugend und dann wusste man gar nichts und die, das war alles blockiert, die Energien. Das ist auch blockiert alles bei den Menschen. Äh, ansonsten, dass sie dann gar nichts gemerkt haben. Aber, da dachte ich, ist da damit verbunden? Ist das eigentlich, ähm, eine ganz schöne Schweinerei? Und auch, eigentlich, Betrug? Mit diesen Prophezeiungen, so gesehen. Aber, das... Was ist denn für eine Prophezeiung jetzt auf einmal? Also, bei ihm weiß ich, nee, bin ich jetzt geistig schon komplett ausgestiegen? Oder hüpft er wieder von Thema zu Thema, ohne es zu merken? Haben auch die Erben der Maya selber gesagt, dass das nicht so kam, wie man das dachte, dass das wohl irgendwie anders gedeutet werden muss. dieses Innschieben, obwohl das sehr stark war. Denn Tag und Nacht gab es acht Stunden. Da war nichts mehr mit 24 Stunden. Und da musstest du dich bemühen, im wahrsten Sinne Meister der Zeit zu werden. Moment, wann genau gab es acht Stunden Tag, acht Stunden Nacht? Und wo? Das, was nötig war, das erledigt werden musste, auch innerhalb einer Woche, das innerhalb von acht Stunden zu machen. Weil das nirgends mehr passte. Das Hellhörige hat massiv zugenommen, das Hellfühlende, auch das Hellsehende und die Energiearbeit selber. Und was ist mit dem Hellriechen denn? Da hatte ich mich wirklich auch bewusst im Internet, mal bei bestimmten Seiten, das ging gar nicht anders, eingesehen. Dafür hat die Zeit gereicht, obwohl der Tag nur noch acht Stunden hatte. Was die so berichtet haben. Und ich habe das ja auch selber dann erlebt. Es hat sonst immer Monate gedauert, bis jemand geheilt oder entblockt werden konnte, unter teilweise die Menschen jahrelang zu betreuen, also sie zu betreuen, zu behandeln energetisch. Und seit diesem massiven Aufstieg, wenn die Energie richtig stark ist, dann dauert das nur Stunden oder Wochen. Und das ist eine ganz massive Veränderung. Stunden oder Wochen. Man macht das umgekehrt. Erst vom Großen, dann zum Kleinen. Die Steigerung, verstehst du? Mal abgesehen davon. Hat irgendjemand eine Ahnung, wovon er da redet? Also er weiß es wahrscheinlich selbst nicht, aber könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Und auch, dass dieses Wissen des schamanischen Systems vollkommen geändert wurde. Sondern es gibt Systeme, mehrere. Ja, Bachelor, Master und so weiter. Die sind mit einem Wissen gefüllt, und da fliegt einem wirklich der Kopf weg. Da denkt man Heiliger. Das ist weit mehr als das, was man im Jahrzehnte kannte. Und das ist Jahrtausende alt, dieses Wissen. Die Matrix, dann mit der Aura, diese verschiedenen Lichtkörper, die Steinarbeit, der energetische Schutz, den Aura. Steinarbeit kenne ich, habe ich mal beobachtet. Da haben die Steine genommen, damit gearbeitet, und irgendwann stand ein Haus da. War eine tolle Sache. Auch die Ägypter damals hatten, wovon man seit Jahrzehnten in dem Komplex wirklich gar nichts mehr von sieht. Stimmt, die Ägypter hatten auch schon Steine. Die haben es aber für Pyramiden verwendet. Es wurde beschrieben, es wurde gechannelt, was sie da gemacht haben. Die Steinbauten nicht nur feinste Arbeit war, sondern sich energetisch gegen dunkle Kräfte abgeschirmt haben. Wovon wir hier wirklich Welten entfernt sind mit unseren Häusern. Da kann ja jedes schwarzmagische Arschloch mit seinem Dämon rein. Also, wir haben Fliegengitter vor den Fenstern. Ich würde sagen, wir sind safe. Da ist ja wirklich Nullschutz gegeben, aus was für einem Dreck die Häuser gebaut sind. Und dann mit aus Stahl und dann die ganzen Strahlen um uns rum. Ja, und die gab es damals ganz einfach nicht. Und deswegen auch, da wurde ja auch gesagt, das ist alleine schon zum Thema das ganze Zusammenbrechen des kompletten Stromnetzes, aller Energien. Ja, warum wohl? Weil die kosmische Elektrizität, die Bioelektrizität, reiner Energie, wenn die die ganzen dunklen Technologien durchströmen, dann geht hier gar nichts mehr. Es hat also nichts damit zu tun, dass quasi mehr Strom aus dem Netz gelutscht wird, als reingepumpt wird und deswegen dann der ganze Krack zusammenbricht, sondern weil aus dem Weltraum Elektrizität aus Möben oder was war das? Auf jeden Fall, es wird quasi mit weißem Strom gefüllt, der den schwarzen Strom wegspült. Aber da wäre trotzdem Strom da. Blödsinn. Das habe ich allerdings erst begriffen, wie ich das selber erlebt habe von meinen Schutzenergien gegen dunkle Energien, dazwischen sind auch Blitze geknallt und da habe ich das erst verstanden, was das eigentlich bedeuten würde. Ja, mit der Technologie, die hier aufgebaut wurde, was eine dunkle Technologie ist, die auch damals in satanischer Technologie benutzt wurde. Das stimmt jetzt aber, also ich gucke das gerade hier um, Tastatur, Maus, Monitor, das ist alles schwarz. Alles schwarze Gehäuse, dunkle Technologie. Radiowellen, das würde alles zerstört werden, das würde nicht mehr funktionieren. In einer weit, weit höheren Energie, die wir uns nicht mal vorstellen können, weil wir sie nie erlebt haben. Es gab einige, die das mal angesprochen haben, die dann sagten, das was wir denken mit einem gewissen Aufstieg, ja, dann, dass es einem ganz anders geht, dass man auch in einem gesünderen Zustand ist. Erstmal, müssten die Menschen sich lange Zeit wirklich gesund ernähren. Also wir sollen uns quasi ein Beispiel an dir nehmen. Was sie nicht tun, das machen die wenigsten, dann würden die ganzen Strahlungsfelder aufgelöst werden. Aha. Also Elektrosmuck ist weg, wenn ihr brav euer Tofu mümmelt. Und das alles Dunkle, das ist ja das, was über allein schon die Kristallschädel, die echten Kristallschädel berichtet wird, die von göttlichen Wesen programmiert wurden, die eine extrem starke Energie haben. und es gibt echte, die gefunden wurden und wo dann die Menschen daneben gar nicht mehr schlafen konnten und manche dann da reingesehen haben, teilweise die grausamsten Dinge gesehen haben, Blutrituale und auch schöne Dinge und das da gesagt wird, dass in Zeiten bis zu über 70.000 Jahre da drin gespeichert ist und wenn diese Schädel beginnen zu singen, da haben wir überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Was? Was? Man hat dann diese Kristallschädel im Regal und plötzlich fangen die an zu singen? Wie beim letzten Einhorn, dieses Skelett, das den Wein getrunken hat und dass dann in dieser Energie nichts dunkles, nichts polares existieren kann. Hell ist aber auch ein Pol. Das heißt, diese Wesen sterben. Aber von dem Zustand sind wir weit entfernt und es wurde gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich würde mal annehmen, nein. Dass die Erde wohl in der vierzehnten Dimension war, den Zustand können wir uns nicht mal im Funken vorstellen, null. Und dort, wo diese Wesen nicht mehr existieren können, was für sie unmöglich ist, weil sie diesen Energiezustand gar nicht aushalten, das sei die achte Dimension. Und wir sind in der fünften, also weit davon entfernt. Und wo ist er in der fünften Dimension? wie das ist in diesem Zoo, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich hatte eine richtig schöne, helle Aura, so ein richtig schönes Strahlfeld und habe diesen Dreck, diese karmische Kloake um mich herum richtig sehen können. Ich wurde auch mal von kirchlichen Leuten angesprochen, wie ich wo gewohnt habe. Sehen sie eigentlich, wie dunkel es in diesen Räumen ist, sagte ich der, nicht die ganze Zeit, aber ich weiß genau, was sie meinen. Ich habe das schon sehen können, da hatte ich noch mehr Energie. Da habe ich diese Kloake gesehen, diese, also ich sehe auch manchmal, dass es in manchen Räumen ziemlich dunkel ist, aber dann schalte ich das Licht an. Wie das Quantenphysiker sagen, diese energetische Suppe, und die ist so dick, weil die dunklen Kräfte sehr viel machen können, und diese ganzen esoterischen Idioten, das ist mir zu negativ, das ist mir zu aggressiv, oh Gott, oh Gott, nein, nein, das will ich nicht, diese ganzen Seraphim und Elohim Idioten, Elohim, die diese Menschen, ja, du willst es, ich komme in dich, diese ganzen verlogenen feigen Plastikschamanen, Möchtegern, Geistheiler und so weiter, die alles, ja, und wenn da ein paar negative Persönchen sind, nein, 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 da will ich nicht wohnen, also sowas Hirnbeklopptes. Wieso? Was ist daran bekloppt, wenn man sich in einem schönen Umfeld bewegen will? Ist doch viel angenehmer, das spart man auch Energie. Ich hatte auch einige Wohnumfelder, wo einiges wirklich an Kloake als Mensch rumgelaufen ist, also, ja, besonders eine wahrscheinlich. höchst negative Personen, auch Satanisten, und da hat man nicht immer diese Scheiße gespürt, aber immer mehr. Es wurde ja mal gesagt, dass wenn dieser starke Aufstieg kommt, und den hatten wir ja, weil ich ja vorher absolut keine Ahnung hatte, was das bedeutete, habe ich mir das in einer Seite, die dann irgendwann ins Esoterische mutiert ist, das heißt, die Personen haben sich davon infizieren lassen und haben es doch nicht mal gemerkt in ihrer Meditation, bevor das war, haben die genaue Erklärungen da reingesetzt und den Titel eine Intimsphäre existiert dann nicht mehr. Existierte vorher auch schon nicht. Wovon redet er da? Weil unsere ganzen Wohngebäude, in denen wir sind, nicht mit Elementen, mit Baustoffen gebaut wurden, um energetisch dieses Viehzeug rauszuhalten, was alle alten Tempel des Lichtes gemacht haben. Alle Bauten, die haben das abgehalten, davon sieht man heute natürlich gar nichts mehr. Ja, dann waren das ja richtig tolle Gebäude. Und das ist nicht der Fall. Und da kann die wirklich jeder Arsch rein und uns auf die Nerven gehen. Nicht durch die Wände, sondern durch die Tür. Diese blödsinnigen Filme von Kindtag an, die Scheiße, die haben wir jahrzehntelang zu sehen gekriegt, sondern durch Türen und Fenster. Durch Wände kommen auch die nicht durch. Das ist Märchenstunde. Mal eine blöde Frage. Wenn die nicht durch die Wände können, sondern durch Türen und Fenster, dann kommen die offensichtlich durch Holz, Glas, Stahl. Diese alten Tempel, die hatten ja noch nicht mal Glasfenster und Türen aus Holz, vielleicht Kupfer oder so. Also logisch ist das jetzt nicht gerade, was du da von dir gibst, ausnahmsweise. der dunklen Seite, ganz einfach. Ja, auch wenn es, man kriegt dann zu spüren, wenn irgendwo jemand starke schwarzmagische Rituale macht, ich wollte dagegen gehen, wollte dazwischen gehen mit Waffen. Ich wurde immer daran gehindert. Von wem? Von netten Menschen mit einer besonderen Jacke? Und da wurde gefragt, du hast doch jetzt Energien, wieso kannst du das nicht? Und dann sagte ich auch mal, ich hatte eigentlich gehofft, dass du mir das sagen kannst. Ich habe so viel Energie, ich mache Geistreisen, bei einigen werde ich blockiert, habe Traumvisionen, kann Meditationen machen, wieso kann ich die nicht so bekämpfen, wie ich das will? Das ist ganz einfach, weil dann sind andere Personen involviert, wenn du dir einbildest, dass du im Geist nach Wuppertal reist, das ist eine Sache nur für dich, da kannst du dir einbilden, was du willst, aber sobald es darum geht, dass eine andere Person mit in der Kiste ist, müsste die ja auch glauben, was du dir da einbildest, das funktioniert natürlich nicht. Doch eigentlich logisch, oder? Ja, dann wirst du irgendwie, das ich dir alle euren Arsch nicht hoch? Warum sollen die eigentlich ihren Arsch hoch kriegen, damit du deine Vorstellungen auf andere übertragen kannst? Die Götter haben eindeutig dazu aufgefordert, dass wir alle eine Einheit werden und diese Brut bekämpfen, vernichten, vertreiben. Das heißt damit ein absolut massiver Krieg der Energien und viele haben den Schwanz eingezogen. Und dadurch kam es auch zu dem Buchtitel von Dieter Bröhrs, was er auch eindeutig damals sagte, als Riesen Anklage gegen die esoterische Welt, der verratene Himmel. Ja, und warum war das so? Weil das in unserer Vergangenheit genauso war, diese Luschen. Ist natürlich schon hart, wenn du eigentlich bist der Einzige, der sich traut, gegen diese satanisch, luziferisch, dunkel, energetische Gedöns, bim bam vorzugehen und keiner hilft dir dabei. John Hart. Große Schnauze, sieht man ja alleine schon die Juden, Palästinenser, 3500 Jahre tobender Krieg, die sind bis heute zu blöd dazu. So, ähm, ähm, was für ein 3500 Jahre tobener Krieg, bitteschön. Na, und die Juden sind da kein Stück besser, also die Israelis, weil, ist ja nicht jede Person dort in dieser jüdischen Religion, aber davor war es das auch schon. Und da hatten so manche Kräfte dann die Schnauze voll und haben dann mal nachgeholfen. Aber, wie rauskam, waren das wohl die Seraphim und Elohim und die gehören zu diesen brutalen Führern Jahwe und Jehova. Da ist nichts was passiert. Was passiert er da? mit der göttliche Zorn. Das sind dann diese luziferischen Viecher. Weil das wurde dann nämlich mal ganz deutlich auseinandergehalten, wo die sagten, wir werden uns jetzt mal das Ganze richtig auseinandernehmen und völlig neutral das entcodieren, was das eigentlich alles wirklich bedeutet hat. Und nicht diesen ganzen Quatsch, der bis heute gelehrt wird. Ja, der Zorn, und du sollst Gott fürchten. Wieso Gott fürchten? Ja, die alles umfassende Liebe Gottes, was auch dummes Zeug ist. Ja, natürlich. Ich meine, jedes Kind, ob Mensch oder Tier, das krank zur Welt kommt und kurz nach der Geburt stirbt, ich meine, was für ein höheres Wesen, das die Macht hat einzugreifen, würde das zulassen oder gar veranlassen, das ist natürlich Quatsch, aber das macht deinen Quatsch nicht besser. Es wird von zwölf Kristallschädeln gesprochen. Das ist schön, und die singen dann alle im Chor. Die Menschen wurde lange eine Lüge infiziert, was bei mir auch der Fall war. Aber du hast es rausbekommen. Dieses glauben zu sollen, dass in der Mitte ein Quarzkristall ist, was Quatsch ist. Welcher ist denn der stärkste der Kristalle? Der Handkäse mit Musik. Na? Ich sag's euch. Der Amethyst. Da dachte ich mir, wieso komme ich da nicht selber drauf? Logisch. Er bündelt alle anderen Energien des Lichtes und ist in der Mitte. Und drumrum zwölf andere. Jaspis Rosenquartz Lapis Lazuli Na? Was weiß ich was noch? Woher soll ich da? Der kennt sich gut aus mit Kristallen. Er ist halt erfahrener Schamane. Also Smaragd Sie sind Polar Stein. können sehr negativ Moment mal Smaragd ist aber doch kein Halbedelsteine für oder? Geladen werden und auch positiv. Teilweise wurde über Aventurin berichtet. Da werden verschiedenste Kulturen wo für die bestimmte Steine am heiligsten sind und da gehe ich auch davon aus dass einer aus Jade existiert und der würde ein Vermögen kosten. Ja wenn die aus dem teuren Material sind dann werden die Krippe auch teuer. Das liegt so in der Natur der Sache. Klar es ging immer wieder Lügen dagegen dass das alles Blödsinn wäre. Klar gab es Fälschungen es gibt bis heute Fälschungen energetisierte Steine ja schön und gut wenn irgendjemand als Heiler das angeblich energetisiert wie energetisiert man einen Stein legt man den in die Mikrowelle oder reibt man den an der Autobatterie das hat aber mit diesen Steinen mit diesen Kristallen die göttliche Kräfte in sich haben die den unseren Heilern völlig fern sind also weit stärker sind wirklich gar nichts zu tun das muss man dann nämlich erstmal beweisen und wenn über so etwas berichtet wird dass wenn diese zwölf Kristalle und es gibt ja nicht nur zwölf es gibt in mehreren Kulturen war das der Fall dass dort diese Kristalle sind wie auch berichtet wird über die Spanier was es gab in mehreren Kulturen Kristalle das war mir jetzt neu also ich dachte eine Kultur hat Kristalle in der anderen Kultur gab es Metall die nächste Kultur hatte wieder Holz und als sie dann zusammen fanden haben sie gedacht Mensch wir könnten ja handeln wer hat den Rohstoff der hat den ist ja eine tolle Sache die das ganze Gold und auch die Schädel gesehen haben die haben richtig gesabbert die sehen haben wird immer wieder berichtet und sind solche Kulturen so bescheuert und lassen jeden diese Kristalle sehen wo sie ganz genau wissen dass die dann ausrasten und geil darauf werden um es mal so zu äußern so blöd ist doch kein Volk das solche mächtigen Licht Waffen besessen hat um das dunkle zu bekämpfen das ist ja wir haben hier was so bescheuert wäre ich auch nicht das einmal nebenbei dazu warum es immer noch Menschen gibt die das ganze nicht glauben wollen oder können eine ganz einfache Antwort darauf weil du es ihnen erklärst und sagen wir mal deine Erklärungen sind nicht besonders logisch sie sind in sich sie ergeben in sich nicht wirklich ein rundes Bild und es ist halt im ganzen nicht sonderlich glaubwürdig weil ihr manipuliert werdet und ihr merkt das noch nicht mal oder das das wäre dann meine zweite idee gewesen und teilweise weiß ich das ganz genau was das bedeutet weil das mit mir nämlich auch gemacht wurde nicht dass ich die dinge nicht glauben wollte sondern dass ich sehr gut weiß durch meine Kindheit und Jugend was für ein Gefühl das ist manipuliert zu werden infiziert zu werden nur dass ich als Kristallkind immer versucht habe dagegen zu gehen und das wäre sehr oft massiv da kenne ich noch jemanden da haben sie versucht seit der Kindheit zu manipulieren dann habe ich gesagt Rainer wasch dich Rainer isst nicht so viel Rainer pass in der Schule auf Rainer mach raus und der war auch immer dagegen der wollte sich nie manipulieren lassen tiefst schwer gefallen ich habe mich teilweise benommen wie ich und ohne eine natürliche Ernährung hast du keine Kraft dagegen du kannst das ist ja auch die Lichtlehre du kannst so viel Licht haben wie du willst solange du nicht deine Traumata nicht deine negativen Teile bearbeitest und transformierst also in dich ja die Reise in dich rein weil der über den Schamanismus auch berichtet schamanische Krankheiten dass du gezwungen wirst mit Schmerzen diesen Weg anzunehmen sonst kriegst du keine Ruhe das ging mir genauso und deine Vergangenheit durchgehst mit diesen Energien und du wirst damit dann in Frieden kommen aber es wird und halt eine gesunde Ernährung und gesunde Ernährung ist wichtig ja bestimmte Steine in bestimmten Größen ja nicht zu groß sonst könnt ihr die nicht schlucken wir sind ja bei der gesunden Ernährung also wenn ihr mal zum Frühstück so ein Stück Dolorit oder so habt immer nur Portionshäbchen das hat mit Esoterik gar nichts zu tun die jahrtausenden alten Kulturen neben diesen Kristallschädeln es wurden immer Steine benutzt immer ja in den ganz alten Kulturen wurden tatsächlich sehr häufig Steine benutzt natürlich auch Holz man spricht ja eigentlich nur von der Steinzeit weil das Stein hat überdauert und das Holz ist verrottet das liegt vielleicht daran dass sie damals noch kein Metall hatten wäre das möglich gar nicht wegzudenken und wenn jemand glaubt ohne Steine wirken zu können nein und das glaube ich selbst nicht bei göttlichen Kräften dass die das auch nicht können weil bei dem was ich in Erinnerung habe von Video Aufnahmen die mal veröffentlicht wurden unter anderem von Atlantern ui er hat Video Aufnahmen von Atlantern und die haben Götter gefilmt die irgendwas gemacht haben und dazu ihre Steine eingesetzt das ist toll hast du die noch in Särgen und das habe ich noch sehr gut verhoben die hatten riesige Steine in ihrer Kleidung was bedeutet eine ganz gewaltige Kraft deswegen sind die alle ertrunken ein schwimmer mit Schweinen in der Hose das geht nicht energetisch zu wirken aber jetzt schweife ich ein bisschen zu stark ab auch du fällst überhaupt nicht auf weil das nämlich Fragen aufwerfen würde es ging ja hier um was ganz anderes und ja eigentlich ging es darum dass IT seinen Puschenquirl in die Sonne gehalten hat und deswegen die Erde jetzt rückwärts läuft deswegen ziehe ich jetzt auch eine Vollbremse mal mal sehen was da passiert ja nix und wenn was ist dann mache ich ein Video dazu ich hab mal so einen Schwachsinn in Erinnerung von jemandem mach doch mal eine Meditation was für ein Blödsinn ja es gibt Kanäle die machen sowas das bringt gar nichts weil ich sag mal so wie die Mongolei das auch so schön sagte die Mongolei sagt die Mongolei ist doch eher so eine Gegend sprechen die Alpen zu dir hat sich der Schwarzwald in letzter Zeit mal gemeldet wir haben tausende schamanische Menschen und da wissen wir echt nicht wer das Schauspiel hat also einen verarscht und wer was echtes macht das ist nicht nur das man sieht die Energie von diesen Menschen nicht man spürt es nicht man hat keine Ahnung was sie da veranstalten vielleicht sind es schlechte Schauspieler gute Schauspieler und selbst wenn es echte Rituale sind ich kenne ganz wenige Kanäle die da einen Anteil von ihren Sitzungen demonstrieren was auch glaubwürdig aussieht mit anderen Worten du kannst sowas nicht machen weil du gar nicht weißt wie sowas aussieht und abläuft aber du bist ein echter Schamane ja das stimmt doch aber ich sag's mal anders erstens ist das Blödsinn okay zweitens habe auch ich entsprechend gelernt wie das die Indigenen auch sagten während der Zeremonie machst du Fotos machst du Filme im aggressivsten Fall klopfe ich dir die Kamera weg und dann klopfe ich die eine nachdem man sagte keine Fotos keine Filme das ist tabu das hier ist alles heilig da hat so etwas nicht zu suchen wenn du es doch machst haue ich dir das Ding aus der Flosse bildet euch mal vor der Papst würde das machen wenn er zu Ostern auf dem Balkon steht hier Urbi et Orbi erzählen dann guckt er zieht überall die Kamerateams und rennt darunter verteilt roundhouse kickst ich mein wäre mal eine nice Abwechslung aber ich war mal kurz davor jemandem das Ding wegzuklopfen wenn man es denen fünfmal gesagt hat und hat der gesagt nö komm lass den ja ich war kurz davor dir das Scheißding aus der Hand zu klopfen mit meiner Steinachst du hast eine Steinachst fünfmal sagt das Scheißding hat dir nichts zu suchen das nächste ist dass das Ding in tausend Stücke fliegt spätestens dann merkst du wie toternst das ist wenn du diese Dinge diese Regeln nicht respektierst verpiss dich fertig verpiss dich das so schon so ein bisschen mit Gewalt verpiss dich habe ich zwar nicht gesagt das sage ich jetzt aber da hat dann echt nicht viel gefehlt und die Bücher die ein paar Jahrzehnte alt sind die sind voll mit solchen respektlosen Handlungen was gemeint jetzt mit einer respektlosen Handlung dass man Leuten mit einer Steinachse Kamera aus der Hand kloppt beende ich das Video bis zum nächsten tÜ olm äh hat sich jetzt jemand gemerkt warum es eigentlich ging es ging doch eigentlich um die Sonne und das E.T. Also das E.T. den Whirlpool aus der Sonne macht und Yoda die Sonnenteile, die aus der Sonne rauslaufen, wieder zurückschiebt. Oder so. Und dann waren wir plötzlich bei Steinen. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich bin auch kein echter Schamane. Ich bin nur halb echter Feldwald und Wiesenthuide und Pullover natürlich. Echter Baumwollpullover aus Natur belassener Kunstfaser. Mir ist jetzt noch schlechter als vorher. Deswegen mache ich das Video auch aus. Der Typ hat sich auch schon ein paar Mal wehgetan da vorne. Wir wollen ja nicht, dass der sich noch was bricht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin möge der Dings euch jeweils kräftig binken. Tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö